Musik Hallihallo meine Lieben, ja weiter geht's mit einem weihnachtlichen, adventlichen Rezept Und zwar möchte ich heute eine Marmelade mit euch machen mit Glühwein und Kirschen, mega lecker Ich würde sagen, wir fangen auch direkt gleich an Als allererstes brauchen wir Kirschen und zwar ein Glas, so Sauerkirschen Und zwar Füllmenge 680 Gramm, Abtropfgewicht 350 Gramm, also so ein ganz normales Kirschenglas Und zwar ist wichtig, dass ihr jetzt die Kirschen gut abtropfen lässt Und dann kommen die direkt in den Mixtopf hinein, denn da werden sie jetzt richtig schön zerkleinert Ihr wisst ja, Stückchen in der Marmelade geht bei mir gar nicht Deswegen zerkleinere ich jetzt die Kirschen 10 Sekunden auf der Stufe 10 Und gucke mir das Ganze dann mal an, ob sie schon klein genug sind Dann schauen wir doch mal, ob sie schon klein genug sind Und ich würde sagen, perfektes Ergebnis So lasse ich es Ich schiebe jetzt das alles so nach unten Dann kommen auch schon alle restlichen Zutaten dazu Wird aufgekocht und die Marmelade ist dann auch schon fertig Und zwar Zutaten stehen alle da Und zwar benötigen wir jetzt 250 Gramm Glühwein Alternativ, wenn ihr sagt, oh, ich möchte keinen Alkohol in der Marmelade haben Da ja die Kinder auch mitessen Dann kauft ihr euch einfach einen alkoholfreischen Glühwein oder einen Kinderpunsch Das funktioniert ganz genauso Aber ich nehme heute einen Glühwein Und zwar einen roten Glühwein Dazu drücke ich jetzt die Waage Und wir benötigen 250 Gramm Dann kommt dazu 70 Gramm Orangensaft Wir drücken auf Tara 75 Gramm Dann brauchen wir einen Teelöffel Flüssigzitrone Oder ihr nehmt frischen Zitronen Ausgepresst könnt ihr genauso nehmen Einen Teelöffel davon Dann benötigen wir einen Teelöffel Öl Ich nehme natürlich wieder das Albaöl So, Zutaten haben wir jetzt alle soweit drin Bis auf den Gelierzucker Und dann nehme ich wieder den Gelierzucker 2 plus 1 Und da gebe ich jetzt 500 Gramm Also ein Päckchen hinzu So, jetzt haben wir alles drin Und das Ganze wird jetzt 15 Minuten aufgekocht Und dann ist auch ruckzuck die Marmelade auch schon fertig Also 15 Minuten Auf 100 Grad Und die Stufe 2 Ihr seht, ich habe jetzt den Steepcover aufgesetzt Und zwar nach ein paar Minuten hat es so zum, ja, ich sage jetzt mal Stinken angefangen Der Glühwein, sage ich euch Also das ganze Haus hat nach Glühwein gerochen Also extrem nach Alkohol Dann ist mir noch eingefallen Ich setze jetzt mal den Steepcover auf Und ich sage euch Es riecht hier einfach Nach Orange Und nicht nach Alkohol Und zwar der Steepcover Passt für den TM5, TM6 und den TM31 Und wie das Ganze funktioniert Das zeige ich euch jetzt gerade noch Also Ihr nehmt den dann einfach hier Und füllt hier Wasser rein Bis zu der Markierung Hier ist eine Markierung Und dann könnt ihr, wenn ihr mögt Ein paar Tropfen ätherische Öle reingeben Ich habe jetzt Orange reingegeben Und ich sage euch Das ganze Haus duftet nach Orange Und nicht nach Alkohol Und dann setzt ihr den einfach auf Nehmt das Messbecherchen weg Und setzt den auf Und dann, ja, riecht es einfach Nicht nach Alkohol Sondern nach dem Öl, was ihr reingebt Ja, aber jetzt noch zur Marmelade Die ist jetzt fertig Gelierprobe mache ich jetzt auch nicht Weil die 15 Minuten sind einfach perfekt Das weiß ich Und jetzt fülle ich die mir gleich in drei Gläser rein Und den Rest gebe ich mir in eine andere Schüsselchen Weil heute Abend gibt es gleich Pfannkuchen mit Marmelade Und da möchte ich euch gerade auch noch mal einen Trick zeigen Damit ihr nicht so rumsauert wie ich immer Einfach mit einem Trichter einfüllen Wenn man keinen Trichter zur Hand hat Nehmt da einfach euren Deckel vom Messbecher Äh, vom Mixtopf Legt den einfach so drauf Und dann habt ihr auch gleich einen Trichter Und jetzt füllen wir die Marmelade ein Und ihr seht schon Ich habe jetzt nicht gesauert Wie gesagt, ich mache drei Gläser Und den Rest gibt es heute Abend gleich zu Pfannkuchen Natürlich gleich verschließen Die Gläser habe ich natürlich wieder heiß ausgespült vorher Und jetzt ist natürlich wieder Streitfrage Die Gläser auf den Kopf, ja oder nein Ich mache es nicht Hat die Mama auch nie gemacht Einfach nur hingestellt Und dann kommt es ja So wie es die Mama halt auch immer gemacht hat Marmelade kochen Deckel drauf Geschirrtuch drauf Abkühlen lassen Den Rest fülle ich mir jetzt gleich noch um Und ja, da freue ich mich drauf Ich glaube, ich fülle doch noch mal ein Gläschen um Und mache es noch mal ein Gläschen Ja, fest wird sie auf jeden Fall Probiert sie aus Alternativ, wenn ihr keinen Alkohol wollt Nimmt einen alkoholfreien Glühwein Oder Punsch, das geht genauso Und ich finde das wirklich jetzt in der Adventszeit Einfach eine richtig schöne, angenehme Marmelade Wo einfach so ein bisschen so einen Winterweihnachtlichen Touch hat Macht sie gerne nach Ich schreibe euch das genaue Rezept Selbstverständlich wieder Unter das Filmchen in die Infobox Ja, in diesem Sinne sage ich wie immer Vielen lieben Dank fürs Zuschauen Macht es gut Und ja, schaut wieder vorbei bei mir Denn ich habe noch einiges auf Lager An weihnachtlichen, adventlichen Rezepten Bis dahin Eure Ruckzuck-Manu So Bis zum nächsten Mal.